Ähm, Team mit Purple und Niki Leon. Moin Leute, was geht? Nice, nice, nice. Endlich mein Beckelpass am Start. Ich hab gar keine Nachricht bekommen. Ich muss schneller rumlaufen. Ich hab gar keine Nachricht bekommen. Ja? Hör doch nicht! Müsst ihr wieder aufhören? Haha. Ja, das ist klar. Alles klar, Leute, wo wollt ihr hin, wo wollen wir hin, wo wollen wir hin, wo wollen wir hin. Oh, fuck. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich bin down, Digga. Ich hab noch 8 HP, Alter. Oh, Alter. Finisher. So ein Hurensohn, Alter. Warum, was so ein Hurensohn, Digga? Warum finn ich das? Ich hab keinen Spack holen. Oh, Junge. Da, der Sparkol, Sascha. Unter dir, Sascha. Junge, ich bin tot, Alter. Junge, warum finn ich der aber auch? Ganz ehrlich. Hat einen killen schon verrückt. Nein, Junge. Nein. Ja, das ist. Bis zum nächsten Mal. Mal. Bis zum nächsten Mal. So. Aber er könnte Party bleiben, weil ich komme. Alles klar. Niki, Nick. Wann lass du machen? Warte. Ich bin auch draußen. Warte, trittst du mir bei oder? Doch, ich muss nicht zacken. Achtung! Alter, ich hatte gestern so einen epischen, ähm, Windjungen, das war so heilig. Alter, ich hab einen mit X-Bow einen so richtig fett einrasiert, ne? Das war sowas von OP krass krank. Gott, ähm, wovon wir hin, lass hier hingehen, kennst du die Lootstelle? Oh ne, Dicka, sorry, lass, lass hier hin, hier ist es besser, hier ist es besser. Ja, was der Notebook jetzt hat, krass kranken Loot, Mann. Ich hätte mich auch irgendwie schon ein bisschen gewundert. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Gegner, Gegner. Ja, der Typ ist low, der Typ ist sowas von low. Das, der, das laut, kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Ja, sauber gemacht. Ja, dann bitte hier mich. Bitte hier mich, 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 bitte hier mich. Oh Gott, danke, war ich gerade schlecht. Gott, war der Typ low, der. Keiner, Spaß. Ah, danke. Hast du damage abbekommen oder sowas? Naja, hast du nicht mal an, hier hat was. Ich hab nicht mal getroffen, was für ein Noob irgendwie bist. Jetzt hab ich mich gerade verarschen, als ob dein scheiß Chest ist. Das machen wir so. Ah, Junge. Ah, ich hab, ich hab hier geschuldet für dich. Ich hab hier geschuldet für dich. Ah, ja. Komm her. Ah, warte. Ich droppe die hier. Und ne AR. Klar kann die. Ah, für einen Spaß. Ich brauch irgendwas zum heilen. Ich hab nur 80 HP insgesamt. Mit Tilt. Ja. Als ob hier nichts ist, Digga. Ja... Ich hab win, ich hab win, ich hab win, ich hab win... WTF, was war der gespuckt? Ah Junge Verbänder, ach tut das gut, tut das gut, Junge Junge Was ist das für ein Gitsch, Alter, das trinkt mir alles ganz an, dass ich gestorben bin Ich probiere jetzt mal einen Trick aus, von den... Kennst du, kennst du Crunchy, den YouTuber? Oh, ich hab, ich hab, ich hab X-Bow, ich hab X-Bow Bogen Junge Ach, ob die Chess da drin ist Irgendwas Flecktes, Alter Oh, hast du gerade gebaut? Hä? Was? Nein Nein, brauche ich nicht Ayoga, scheiß auf die Chess Aber wenn da jetzt, wenn da jetzt nichts rauskommt, Junge Ach, da kam nichts raus Ich brauchste Minigun Ne, oder? Kann mit Minigun auch nicht gut umgehen Hast du grad ne Falle platziert? Ah gut Container ist für uns Für Schritte? Nö, bei mir ist jemand Komm zu mir, Junge Ja Was auf, hier sind die irgendwo Ich mach mal ausguck Einer baut, ich weiß, ich weiß, wo einer ist Einer slow, einer ist was von low Das sind, das sind zwei Blowköpfe Komm her, komm, komm hoch zu mir Fuck Ich hatte nichts an Lootiger Der eine, der andere, der andere noch, der andere noch hier oben Der ist, der ist, der ist auch ziemlich daun Naja, das war taktisch, aber egal Alter Nicht schlimm, kann den Alter Alter Ach, das gibt's auch nicht als Alter Ich hab eine im Hatchet Eingedrückt, warte Lass da mal Greasy Groove gehen oder so Oder nein, warte, ich hab Keine richtig geile Lootstelle Lass hier hin Das ist zwar am Arsch der Welt Aber dort gibt's auch schon hart krass geilen Loot Das glaubst du gar nicht Was? Ach, komm Junge Bitte mich keine Verarschen Was wünscht? Schfackle »Säme Morinzone« »Johne« So, wo kommen wir hin? Ja, stimmt was da, ja genau. Haben wir ja auch schon beschlossen. Ja, das ist... Ja, hier geht's. Da ist, da geht noch jemand hin. Als ob der zum Baum geht, als ob der zum Baum geht, nein, geht er noch nicht. Wo bist du? Na, bis jetzt. Als ob der da hingeht, nein, bitte nicht. Ich habe schon wieder nichts. Jetzt kommt jemand. Da draußen, da draußen, nein, beim Schwark. Nein. Nein. Glaube ich auch. Da draußen, da draußen. Da draußen, da draußen. Da draußen, da draußen. Da draußen, da draußen, da draußen. Da draußen, da draußen. Wo wollen wir hin? Wollen wir bauen? Warte, lass, komm zu mir. Kannst du zu mir kommen? Gut. Ach, ist auch nicht so schön. Ich habe C40, ich habe C40, ich habe C40. hier. Nein, ich konnte nichts machen, Alter. Aber wieso, wieso habe ich nie eine Waffe? Jungen, es regt so hart auf, wie schon die dritte Runde. Ich habe keine Waffe. Mann. Ey, jetzt. Ey, jetzt gehen wir Teufelschauer. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Komm ich wenigstens eine Waffe. Fett, ich habe genau 100 Kills in Solo. Ich spiele auch Solo so oft. Weil ich bin auch Anfänger. Ich habe jetzt angefangen zu zocken. Und, ähm, ja, 42. Was wirst du für ein Level? Was wirst du für ein Level? Was wirst du für ein Level? Jetzt gehen wir Teufelschauer. Oh, das ist mir scheißegal. Oder? Warte mal. Lass, lass Fabrik gehen. Sorry. Lass, lass Fabrik. Fabrik komme ich immer eine Waffe. Immer. Und dort wird so hart krass geilen Loot. Ganz ehrlich. Männer, jemand kommt, ist er halt down. Dann erledigen wir den. Ist kein Spacko. So? 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 In Ordnung? ich gehe in mein haus kommst du mit ich gerne das mit den schrägen da ich gehe das hier mit dem chest auch kommt schon ist egal liegt halt immer eine irgendeine chest immer ich habe noch keine waffel ich habe jetzt habe ich den waffel jetzt habe ich habe ich habe ich habe eine ich habe 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 die ja warte es gibt ja noch an stelle die und so wirst du bist du kommst du mir ich hab dich gedroppt dann habe ich noch wirklich danke ja auch das ich denke wir haben fabrik für uns alleine wo warst du schon in dem haus wo ich gerade eben war okay chest ach komm schon grüner gott endlich bist du was er wissen ja er ach komm schon mit taktische expo ja kannst du wenn du möchtest kannst du mir geben wird er gibt sie mich bei stimmen kann denn ach das expo heute ist es grob alles expo alles gut danke noch und wird so eine taktische hier ist lama lama komm her komm jetzt kommt der lama kommst du kommst du kommst du kommst du kommst du kommst du schon weil ich bei euch meine ich gebe dir noch was ich möchte es gibt auf jeden fall noch was ich war jetzt nicht so übertrieben heiße sachen eigentlich bisschen holz warte reicht hier das heute du willst was anderes alles klar da war schon jemand pass auf wir waren schon jemand mit pechern sind ja immer noch da 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 hast du sie ich habe auch noch den anderen auch noch und er gibt mir die ich habe zwei stück ich kann ja eingeben gut dann habe ich 200 tp ich habe ihn auf der piste ja ich brauche kurz medikett kommt das medikett oder brauchst du es brauchst du es ja ich hab dann auch das medikett hat ja hast du legt sie noch irgendwo eine pampel pump ja ich kann ich kenne damit ich kann damit ich kann ich kann er voll krass geilen trick kannst du den trick sehen wollt schaut auf jeden fall bei meinem kanal mal vorbei habe ich euch den trick gezeigt was soll ich verbände mitnehmen ja stimmt nicht immer verbände mit alles wo ich dem verbände mit habe ich gesagt man kann die wissen die sohn ja die sohn ist klassiker und zweck ist auch schon am start bisschen holz also jetzt echt es war mega dumm von denen dass wir da kämpfen ich habe eins gelernt kämpfen kämpfen niemals kämpfen bringt einfach nichts weil sie gab so verkackst du du kannst entweder veränder kannst verkacken oder du kannst ihre verkacken aber ich lieber in ihre verkacken eier beweisen und raus zu gehen alles klar ich habe grau blau grün grau blau aber also grüne pamp habe ich und dann auch das nein grohe pamp das andere sind verbände also es ist das internet oder ich sag dein Kopf voll sonst woich wollen sauch los co auf 92 4 4 5 5 5 10 0 0